Hallo, ich bin die Vati Bö. Hallo, ich bin die Julia. Wir sind beide Keramikerinnen, arbeiten seit vielen Jahren mit Ton und werden mit euch gemeinsam ein Projekt für das Rote Kreuz verwirklichen. Ton, das ist dieser Werkstoff, den ich hier in meinen Händen habe, ist ein sehr elastisches Material. Ihr kennt das wahrscheinlich manche von FIMA-Basteln und mit diesem Produkt werden wir unser Projekt, zu dem ich jetzt die Julia gleich mehr erzählen wird, fortsetzen. Liebe Julia. Ja, unser Thema behandelt die Unparteilichkeit. In diesem ganzen Projekt geht es um die Grundsätze des Roten Kreuzes, die dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiern. Und wir haben die Unparteilichkeit bekommen, mit der wir arbeiten werden. Und damit ihr euch da was darunter vorstellen könnt, Unparteilichkeit bedeutet, dass man keine Unterscheidung macht zwischen ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität oder Religion und kurz zusammengefasst, vorurteilslos andere Menschen behandeln sollte. Gut, und ich sage euch jetzt noch ein bisschen was zum Ablauf von diesem Projekt. Das ist ein Workshop, der zwei Tagen stattfindet. Der erste Tag ist sozusagen der produktive Tag, wo wir unser Werkstück erarbeiten, aufbauen, wo wir quasi töpfern miteinander. Das Objekt muss dann trocknen, wird dann einmal gebrannt und wir treffen uns dann ein zweites Mal zum Bemalen dieses Objekts. Das heißt, im Fachjargon klassieren. Und ihr habt die Möglichkeit, an einem Tag teilzunehmen oder auch an beiden Workshops mit uns gemeinsam dieses Projekt zu verwirklichen. Ja, wir freuen uns wahnsinnig auf eure Ideen und auf eure Bewerbungen und sehen uns hoffentlich im Juni. Ciao! Ciao! Bye-bye!